So, Stream ist gestartet. Ja, mach doch, Alter! Warum startet ihr einen Stream? Ey, wer los denn? Was weiß ich? Ey, kennt ihr TutuTV? Okay, wen kennen wir? TutuTV. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Wer ist das? Tutu. Den Mann ist der Mann, der Mann ist. Der hat mir zurückgeschrieben, der komische Freund. Wann ist er wieder da? Töne kurz aufhebe. Kurz. Du redest, als würdest du nur irgendein FG-Tanya-Wege machen. Ja... Was? Was mach ich noch nicht? So... Es gibt keine FG-Tanya-Wege. Es gibt keine FG-Tanya-Wege. Oh ja... Hau mal schau! Ach, stupi! Ja... Ich bin in 1. Hm... Oh nein... Nö! ... Ich weiß, was ist dein Problem? ... Ich glaube auch... ... ... Ja. Ja. Haaaah. Fuck, er hat's gesehen. Ach, da will du... Ich hab's gesehen. Ja. Ich geb dir den dafür. Willst du dich erstmal die Stats angucken? Ja, so schade. Na welchen willst du den hier oder den hier? Den hier. Den hier. Den hier. Ja, oder den hier und davon nehmen. Ja gut, lass mal vom Bubble weggehen von diesen Arschlachen. Meine Gott. Dann machen wir einmal so, damit die Bubble nichts machen kann. So, let's go. Also, mach mal, äh... Äh... Den hier. Oh mein Gott. Arsch! Hast du grad den Link von Trade World? Er hat mich gescammt. Er hat mich gescammt. Warum? Weiß ich. Warum hast du so einen Trade World Sinne? Hier dafür ist, er hat mich gescammt. Ja, ach so, man kann ihn einladen. Okay, okay. Das ist doch Trade World, oder nicht? Er hat mich gescammt. Ja. Uh-huh. Das ist so cool. Er hat mich gescammt. 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 Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So hat er so eine HD gekickt. Fick euch. Wahnsinn. Ich hab mich aufgesessen. Nur weil ich im Spielzeit bin. Wie ein Autist. Ich bin ein Autist. Bei sich. Das hört sich so geil an ohne Pops, sonst könnt ihr mich so verstehen. Du bist so laut. Was? Du bist so laut. Erst bin ich zu laut, dann bin ich zu leise. Was jetzt? Ach, sie ist egal. Ja, das nennt man Rage auf einer anderen Art und Weise. Oh, ich bin zu leise. Übertreib bei einer Rage. Ja, hauen sie mal. Warten wir mal. Ja, ok, warte kurz. Twitch-Bugel. Ja, ich kann bauen. Boah, ja, ich hab dir auch wieder die Rechte gegeben, du Fisch, alter. Warte. Aua, ey. Machst du effke deine Wege. Hab dich. Machst du auf. Machst du ihn hier fest. Hm, ah, schau. Was ist so? Machst du es? Machst du es? Nein. Die Karte ist in der Nähe von der Karte. Handwerkskamera hat alles verkehrt. Jeder Arbeitgeber muss sein Arbeitnehmer so A melden. Dann muss er fischend sein, alles kommt und alles wird bei der Handwerkskamera gespaltet. Das ist genau wie wenn du Ausbildung machst. Ach, Handwerkskamera. Ach, Handwerkskamera. Puh! Du hast doch die Käse immer und immer wieder, oder? Alles klar. Puh, Puh! Puh, Puh! Puh, Puh, Puh! Ich hab's nicht recht mit dem Aber ich hab's nicht recht mit dem Ich hab's nicht recht mit dem Das ist der Ende. Der ist eigentlich in Corona gegangen. Ich hab bestimmt heute einen vergessen. Ja, das ist zu schade. I love your finger. I'm better now. Better now. I'm better now. Better now. I love you. 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 Meisters. Okay. I love you. Das war's für heute. weil es auch in der tisch hier ist achtung ne mark wie jetzt vor zwölf ja 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 Ich hab's schon auf. Warte. Halt raus, ich hab's nicht. Ich bin hier. 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 Oma. 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 Ich kann das jetzt so essen. Ja. Das Marmeladenchen-Putti. Uff, ich muss jetzt gestern! Was? Ah, ja. Oh, was? Was ist denn da? Wo? Da ist das. Hmm. Ah, der ist noch in der Ambulanz, aber das dauert. Oh, das ist genau. Ah, ich bin immerhin krank. Muss ja doch. Ordner. Wie irgendwo da nichts, ne? Warte, warte. Das kommt doch kein Abschluss raus. Oder so. Nimmst du der hervor, dann sei ich damals noch lang. Ja, da ist die Robine drin, aber... Da wollte ich auch noch viel zu machen. Und dann halten wir das mit der Hand. Das ist okay, dann geh ich mal raus. Raus in die Rache. Komm zusammen raus. Ja, das ist okay. Und die Rache. Stich, ich will die Rache fahren. Was machst du denn? Was sag ich? Komm mal zurück. Wenn wir es da abholen. Eher, wenn es dich домой geht, was ich nicht möchte. Das Kameras ist wieder anruf, weil das nicht alles war. Gleich zum Uli. Ja, da ist noch eine Ambulanz. Ich kann euch nur so weinen. Die haben eine Frage hoch, der muss drauf und dritte Stock, muss er reinholen. Ich meine nein, es ist Thomas noch, das war beim Oli trausam. Wir haben einen Opa, wo ein Opa spaziert. Der war doch bitte. Wir haben drauf und dritte Stock, wo er wascht. Und das war schon nicht die ganze Zeit in der Hand. War nicht eine Ambulanz. Das ist doch die, ich würde doch alles nicht sagen, wie eine Ambulanz nicht dauern. Warte Oli, da nimmst du Opa gerade noch mit rein. Hören wir zu der Regie und Prost, wie lange es jetzt noch dauert und ob er bald fertig ist. Und der ganze Zeit dauert noch und der steht neben dran. Er sagt, dann hauscht doch gar nichts. Der war gar nicht eine Ambulanz, aber wo ist das? Ich habe keinen Fuß in die Ambulanz zu zweit. Warum die Saatis wachsen wie die ganze Zeit da zu? Ich nehme Oli und vor was halt den Opa zusammen noch hin und fahren, und der Kevin ist nachkommen. Ich habe gesagt, du kannst gleich nach hinten rumkommen, wir sind in die Hände beim Opa. Wie, der ist doch frisch operiert, weiß ich. Der hat zwar was gemacht, aber operiert brauchen wir ja nicht. Der hat gesagt, wir waren gerade im Garten. Wir waren im Keller, wir waren im Garten, er hat nur noch alle Bluffenstücke gezeigt. Ich habe keine Dreizung beim Opa aufhalten, bis der Kevin gekommen ist. Wie, der Keben kam damit. Der ist mit dem Zähne bis dem Ähnsel. Ich hab wieder jedes Bluffenstücke erklären. Du musst hier genug beschäftigen. Ach, dass ich mit dem sei. Da ist er dann aber noch in den Keller. Da ist er in der Garten hin und nach sein. Nach 500 Gottes wird gesagt, der Normalkanzen ist ganz riesig. Und ich möchte mit dem hopedern, dass der Mann 90 Jahre alt war. Ja, das ist ja 90. Dann kam der Kevin und dann Kevin noch am Auto rumspraut. Dann sind noch Bedeckdinger vorne im Motortrag spraut. Dann ist noch dieser zu Boden oder auch der Boden. Komm doch noch, ich guck mich schlecht, ich guck. Ach, Opa, ehrlich. Ich war in der Grünenzeit aus dem Gartenfahrt gefahren. Ich weiß, dass du Hängertrager hängt, dass ich da so sechs rutschmiss. Ja. Ja. Mit Boden klappt nicht, Mann. Ach komm, geht das alle hier. Get the fuck shit. Huch. Ja. Anti-Mate? Anti-Mate? Hi, bevor dass die Gerüche anfängt, schaut dann bei IG Vault vorbei, den Link in den Gantt um meiner Beschreibung. Und dort könnt ihr euch verfordern, rettet ihr die Welt mit Materialien, Waff. Anti-Mate? Ja, ich hab jetzt 4 Akkons, was ich wusste. Nach 4 Akkons, wenn wir die ohnehin haben. Ja, absolut. Nicht so gut, mit 2 Akkons, weißt du. Sie merken das, wenn die alle zugleich das Hals schreiben. Fühlt auch 2, also jeweils 2, dann bin ich falsch. Krieg ich auch. Krass, ich kann jetzt 5000 Mets machen. Ist ja voll geil. Das ist ja voll gut. Ja, ich kann jetzt mal rein. Ich bin ja voll gut. Das ist 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 ja voll gut. Ich hab' den Kuss gemacht. Ich hab' den Kuss gemacht. Bei mir haben sie beim Kevin einen Kalserschnick. Und du hast den Bauch vergessen. Das ist echt eine Woche lang. Das ist auch so. Ach so, ich hab' den Kopf gefallen. Alter! Das ist schon ein Mitzler. Jetzt sind sie schnell, oder? Ich hab' den Kopf gefallen. Ich hab' den Kopf gefallen. Das ist so fucking kuckrig. Der Kopf gefallen. Aber... Er hat gesagt, ab 40 oder so kriegt man erst den Natur-Check-O. Ich war aber voll. Ich kann nicht genau sagen, was er geschrieben hat. Er hat geschrieben... Bei ein paar Totengräber, ein paar Check-O's, bei 40 oder 40 Water-Check-O. Das verstehe ich nicht. Oh. Ach so, bei 40... Bei 40 Stück oder so. Da gibt's die Natur-O oder Water-Check-O. Was empfiehlst du? Äh, Wasser. Äh, Wasser. Okay, ich hab' das halt hier. Ich hab' das nach Deutsch, bis ich 40 habe. Ich schwör' ich. Ich schwör' ich. Kannst ja, kannst ja bei mir die 40 machen. Den Wasser-Kusswerfer kann ich auch besorgen. Außerdem hat, äh, das Konfi hat schon... Ich glaub' drei Leute geht's bei dir machen. So kann ich noch meine Reputation hochziehen. Kannst bei mir die 40 machen. Und du wohn' ne? Ja. Naja, das ist gut. Okay, mein Rep. Schtsch. Wo zu nächstes Rap-Gitur ich denn? Hast du die Leute verbrauchen oder was? Ouh! Ne, First Drop. Der Konfi hat noch ähh... Der Rap zu verbrauchen. Ja, das.. Das bedeutet im Prinzip einfach, nur die Leute müssen die First-Froppen. Dass du höher dein Rap ist, desto eher müssen sie First-Froppen. Das heißt, Wenn du jetzt mal 100 Rap hast und einer mit 200 Rap kommt, müsstest du ihn first dropen. Genau, was ich meine. Ja, ich bin jetzt kurz einkaufen, ich bin kurz afghan, ne? Bis gleich. Ja. Ah ja, moin wie das aussieht. So, und jetzt hol ich's wieder ab. Ja. Oh mein Gott, ich hab meinen ganzen Metz grad wieder. Ich auch. Ja, gut, ne? Oh mein Gott. Wie schnell kannst du einbauen? Zeig mal, wie schnell du einbauen kannst. Mach's kirmisch, mach's so wie ich. Oha, wie krass, Alter, boah, Alter. Dann geht's auf einmal. Ja, sehr schön. Ähm, ja, Ziel muss auch gelernt sein. Ja, was soll das sein? Ja. Toll. Wenn da Gegner drinsteht, dann kann ich einfach abballern, Alter. Kann man gar nicht das sein. Allt, geht das schnell. Nicht mal ein dach hast ich nicht gern! Oh, ich weiß, was ich schon mal war. Ich mein, doch kannst du jetzt hier drüber so ein, so ein, so ein, so ein Enddach da, oder ähnlich sowas kannst du nicht brauchen. Hat nicht geschafft! Ja, hattest du selber noch nicht mal da oben mitgemacht, Alter! hallo ja gut und jetzt habe ich nicht aufgeballert jetzt bist du tot ja mann das war ich nicht so ich dir zeigen wo die kiste hier ist ja mein gott von mir aus wird auf jeden fall nicht angeblich aber was machst du da scheiße ich muss schon was sagen dein quarts vor allem nein ist es nicht ja klar wenn sich auch sicher daran halten ja auch so wie du zum beispiel das muss türsteher sein schwitzen schütze sich grüder und nicht ein ja deswegen ist er ja türsteher ne der darf dann immer türsteher sein der darf außensteher sein da hinten ist noch eine drohe da also ich gehe jetzt erst mal wieder nach oben hallo Junge! Boah, alter, FG, Genia-Wegel! Verrottet hier unten! Heeeh, nein! Heeeh, das ist so ein Fan! Ja okay, Spaß, hoff da unten wieder Eich abbauen! Ey, wie sollen wir jetzt irgendwie hochkommen? Ja, deswegen ja! Also entweder müssen wir halt nen Weg nach oben bauen, oder wir müssen halt nen Weg nach oben bauen! Ja gut! Das war'n! Boah! Spinnen! Guck mal, jetzt kann's wieder hochlaufen! Hehehehehe! Geil! Ja toll, wo soll dann die Dings sein? Wir müssen doch noch nen Dings bauen! Ne VIP-Ding! Guck mal! 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 So! Willst du jetzt ernsthaft ne VIP-Lounge da unten bauen? Ja. Was soll ich denn sonst bauen? Warte, dann müssen wir hier erstmal alles zubauen. Ja. So, warte, kann man hier durch, kann man hier durch, kann man hier durch, kann man hier... Hier kann man durch! Ah, noch nicht. Kann man hier durch, hier kann man durch. Hier kann man auch durch. Das will ich ja noch bauen, oder? Das will ich ja noch bauen, oder? Schönen wir sagen. Schönen wir sagen. Schönen wir, Bruder! Hau, meine Kidi Cat! Ich habe ein Kidi Cat! Ja, wo ist die Tür, wo ist die Tür, wo ist die Tür, wo ist die Tür reingemacht, wo ist die Tür reingemacht? Ja, wir können hier keine Tür reingemacht. Ach so, stimmt, da war ja was. Der ist ja nur für die grünke. Wir sind die grünke. Wir sind die grünke. Und ein bisschen chillen. Ich würde sagen, hier unten bauen wir dir eine Tradeboxen. Na, das ist halt die VIP-Tradebox. Guck, gehen wir dann... Oh, das ist die... Ich bin auch hier drin. Und jetzt kann man dann immer... Guck. So muss man dann immer... Erst durch die Mitte gehen. Kann man dann kommen... Damit man nicht bis zum Mitentdecke so... Wusch, wusch! 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 Hä, bist du blöd? Man kann auch einfach jemand da drüber. Kann auch einfach so machen. Und dann halt zack und dann... Jawohl, das merkt man ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay, warte mal einen Dropman da hinten hin. Also in den Waffen, weil... Keine Ahnung, wie man das sehen kann oder so. Falls man das sehen kann. Warte... Meine Eyesprite! Sieht man, oder? Ja... Eigentlich schon. Aber ich könnte noch was gerade abbauen. Oh, das ist richtig Anti-Scan. Warte. Wie jetzt Anti-Scan? Warte mal, warte mal, das ist so geil. Hast du solche kleinen Fallen, die an die Wand kommen? An Wände kommen? Nö. So kleine? Sicher? Na, ich habe keine. So kleine Wand fallen, die immer in so einen kleinen Staubel hier unten kommen. An Wände kommen die immer ran. Wann habe ich nicht mehr auf den... Dann könntest du das hier ran bauen und da drüben auch. Und dann muss man immer hier rausgehen und hier rumlaufen. Das stimmt, das ist eigentlich wirklich Anti-Scan. Ja, außer wenn man halt dann so... Hüpft, so... Da läuft's los, dann läuft's dann nochmal zurück. Ja, aber man sieht das hier auf der Karte. Ja, gut stimmt. Es sei denn, es sei denn, man sagt einfach, hier Bruder macht Karte aus. So ist es besser mit Seen und so. Kannst du irgendeine andere Trade Box machen, weil ich habe keinen Bock, dass man so... Weil guck mal, geh mal da rüber. Ja. Ja. Na guck mal, man sieht die Waffe ja nicht so richtig. Warte. Ja. Die siehst du ja nicht so richtig, oder? Ja, deswegen, dass wir das dann halt irgendwie anders machen. Mach mal ein Wurf. Ja. Wir können auch so lang bauen, dann haben wir so einen Vierer aber wohl in die Scheiße. Oder wir machen das hier mit der Box. So ein Vierer-Ding. So ein Vierer-Ding halt. Ja. Warte, dass dann praktisch... Ja, dass man anscheinend... Ja, so halt mal. So, da muss ich nur rein. Ja. Das ist auch nicht so, was du erst gämst. Wenn du großartig bist, dann bist du... Ja. Das ist auch nicht so, was du erst gämst. Assignment hat einen Decker. Ach du nicht. Aber ohne Scheiße. Ich, ich trade mit keinem, der Konstrukteur in Decker oder Ninja jetzt gerade so hat, weil, das sind die eigentlich die drei... Also die drei einzigsten, womit man so wirklich scammen kann. So, da kann man ja eigentlich so nix machen. Also jetzt so keine Fähigkeit, die so richtig Scammer-like ist. Und wie eigentlich auch schon ganz ich richtig mache. Das gab, dass ich mit diesen Geffen-like ist. Und wie auch schon so ein Kleinen-like ist. Das haben wir schon... Ja, ich sage gar nicht. Und wie auch schon das ist. Ich habe hier ogre und mich auch schon fertig. Und wie auch schon jumped... Ja, das will die neue Ge большm example sein. Ich habe hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020